Ich liebe das. Also das ist ja mein Credo. Ich habe immer nur das Gefühl, die anderen kommen damit weniger klar. Also es ist eher so, dass ich als der Mensch, der ich bin, ein sehr, ich würde sagen, ich bin ein sehr vielseitiger Mensch und jemand, der nie zurückschaut.